Lasst euch von der Hitze inspirieren. Die Kohle lassen wir jetzt Kohle sein, damit wir da hinten rüber wandern können. Oder? Ist doch voll die Knorke Idee, wa? Oh mein Gott, hat der Typ einen an der Waffel, oder? So, hm, 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 nee, nee, nee. So, das müsste eigentlich, das müsste dann doch sicher genug sein, dass ich hier nicht irgendwie dumm wie Brot runterfalle. Ist ja schon mal passiert in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. So, macht zwar kein... Oh, ach, ich hab ja noch genug davon, von dem Mist. So. Dann schauen wir mal, was uns dieses Hühlchen noch zu bieten hat. Oh, nee. Buh. Da war ich schon. Oh. Ne, das ist ja blöd, oder? Ich hätte nämlich auch ganz gerne, ähm, ein bisschen... Wie heißt es? Diamant gehabt. Jetzt fällt mir das da runter. Ach, nee, das ist ja echt blöd. War ich denn hier wirklich schon überall? Das ist jetzt die Frage. War ich hier überall gewesen sein? Das da sieht dunkel aus. Nee, sieht's nicht. Komm, dann nehme ich mir gerade ein bisschen Kohle mit. Aber Freunde, ich brauche mehr Eisen. Denn ich möchte mir meine Bahnschienen bauen, um endlich ins neue Biom zu fahren. In die neuen Biome zu fahren. Mir ein bisschen Schnee zu holen und... Und so weiter. Ah, Seerosen für meinen See. Tja. Was tun? Aber ich würde diesem Gang hier schon ganz gerne treu bleiben. Denn der ist eigentlich cool. So, also wir gehen in diese Richtung. Mhm, mhm, mhm. Dann ein bisschen weiter rechts. Dann kommen wir dahin. Aber wir möchten nicht rechts. Sondern wir möchten... Tja. Wohl oder übel in diese Richtung. Drum gehen wir jetzt in diese Richtung. Auch wenn es euch nicht gefallen mag. Oh ja, das ist spannend, wa? Dead ist spannend. Aber wisst ihr, dann machen wir es so. Dann kommen wir auch ein bisschen... ...bisschen schneller voran. Ja, ich meine, es ist ja auch spannend, äh, zu sehen, wo man rauskommt, ne? Super spannend. Ich kann mir nichts spannenderes vorstellen, als zu gucken, wo ich hier rauskomme. Hui, guckst du? Da hab ich wieder ein bisschen... ...von die Stone rührt. Auch wenn mir Redstone nicht so viel bringt dort. Entschuldigt bitte die, die sich jetzt angegriffen fühlen. Seht es mir nach. Passiert euch das eigentlich auch manchmal, wenn ihr so im Spiel nach oben guckt? Legt ihr auch euren eigenen Kopf so nach hinten. Ich guck nicht nur so, sondern ich guck auch mit meinem richtigen Kopf. Nicht mit meinem Fake-Kopf. Ach je, jetzt kommt hier schon wieder so viel Redstone. Ich brauch den Mist gar nicht. Ich bin kein Redstone-Typ. Aber hier Eisen, das kann ich viel besser gebrauchen. Herrlich. Ach, da ist schon wieder die nächste kaputt. Das geht aber doch schneller, als ich dachte. Wow. Ach, da hatte ich ja letztens schon mal meine Theorie drüber geäußert. Meine Vermutung zugeäußert, nicht meine Theorie zugeäußert. Obwohl, man kann auch eine Theorie äußern. Aber Vermutung äußern klingt einfach eleganter. Und ich liebe es, elegant zu reden. Denn ich bin elegant. Ah. Und sammle jetzt elegant Kohle ein. Ja, gehen wir heute mal den unkonventionellen Weg. Und buddeln uns hier einfach geradeaus durchs Gestein. Vergeuden dabei unsere ganzen Spitzhacken. Aber was soll's. Wen juckens. Also wenn du einmal hier ein paar, wenn du hier ein paar mal Kohle findest, das reicht echt dicke, ne? So, aber jetzt könnte ich auch ruhig mal... Oh ne, komm hier, bleib da. Wie viel hab ich denn davon? Ich hab ja schon einen 64er Stack davon. Also, das genügt. Ähm... Fackel. Hab nämlich gleich schon keinen Platz mehr. Verdammt. Dumdi-dum. Dum-dum-dum-dum-dum. Ah. Hallo, Eisenherz. Ah, da oben. Und Kohle. Ja, wisst ihr, heute... Heute klotz ich mal. Heute nehm ich wirklich alles mit, was mir in die Finger kommt. Bis auf zu viel Redstone. Also, das brauch ich dann doch nicht. Ich weiß ja dann, dass es hier unten auf mich wartet. Falls ich es mal brauche. Für die Obsidian-Maschine kann ich ein bisschen Redstone gebrauchen. Aber auch nur vier oder fünf. Wer braucht es schon? Aber Eisen, 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 Eisen. Richtig schön viel Eisen. Ja, das ist super spannend, ne? Einfach so einen Gang zu buddeln. Aber ich weiß, dass ich irgendwann irgendwo rauskomme. Wahrscheinlich kommt mir dann wieder Wasser entgegen oder so. Aha. Die-a-man-t. Hallo, Diamant. Nee, was hab ich im Glück. Und jetzt hab ich keinen Platz mehr. Ja, so weit kommt's noch. Weg damit. Und da hör ich auch schon wieder jemanden. stöhnen. Ja. Mhm. Hab ich überhaupt Holz dabei? Ich hab gar kein Holz dabei. Wisst ihr, was ich mache? Da das hier ein wunderschöner Gang ist von mir. Ganz unkompliziert. Da es ganz unkompliziert ist und ich weiß, wo wir lang müssen. Dann bringe ich mal gerade ein paar Sachen einfach zurück. Entschuldigt bitte diesen langweiligen Ausflug in die Höhle. Aber warum auch immer. Und dahinter ist noch was Redstone. Das ist aber eine coole Musik irgendwie, oder? Die gefällt mir. Die gefällt mir. Ich hab ja da oben eine schöne Kiste, wo ich das Zeug reintun kann. Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Wir haben halb zwei Uhr nachts. Das heißt, ich muss jetzt gleich mal in die Haier gehen. Zwischenzeitlich werde ich einen Schluck trinken. So. Was lassen wir hier? Ach, hier ist mal ein bisschen Eisen. Äh, Cobblestone, das. Dirt, Dirt. Gold. Graviel, Cobblestone. Einmal Cobblestone lassen wir da. Diamanten lassen wir natürlich da. Eisen in den... Ach so, in den Eimer wollte ich eigentlich Wasser noch reintun. Feuer, äh, Flint. Feuerstein, doch, doch. Dirt. Hab ich hier eigentlich einen Ofen? Ich hab hier ja gar keinen Ofen. Na, machen wir uns gerade einen Ofen. So viel Zeit muss sein. Hab ich hier echt keinen Ofen hier unten? Offenbar nicht. Na gut. Wo tun wir den hin? Hier in die Ecke. Oh, sieht blöd aus. Macht nichts. So, dann kommt da jetzt ein bisschen Eisen hinein. In der Zeit werde ich mal den Wasser, den Eimer mit Wasser füllen. Gut, draußen ist Tag. Das freut mir. Ich wollte den zur Sicherheit mit Wasser füllen, falls ich mich mal wieder in Lava stürze. Man weiß ja nie. So, Water. Genau, Holz. Ich brauche... Sticks. Oh, hier ist schon wieder alles am Wuchern. Holz, 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 Holz. Hier habe ich Holz. Gut. Ach, das reicht ja. Oh, ups. Hopp, jetzt kann ich hier hin. Alles klar. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Dirt brauche ich nicht. Da unten kriege ich der... äh... Couple Stones zu Genüge. Mh... Kohle finde ich da unten auch zuhauf. Nehmen wir es mal mit. Sticks. Die brauche ich auch nicht. Tun wir es so weg. Steelvoller. Die Map können wir vielleicht gebrauchen. Je nachdem, wo wir wieder rauskommen. Ich brauche auf jeden Fall los... ...das Eisen. Noch zwei Spitzhacken. Bam, 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 bam. Eins. Zwei. Eins. So. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ja, bin fast schon wieder voll, ne? Sticks. Ach, ich kann eigentlich auch mal eine Mahlzeit hier lassen. So, und das verrottete Fleisch sowieso. So, das müsste erstmal reichen. Tut mir leid, es ist langweilig. Immer hier diese Sortiererei. Im... Dingens. Im Inventar. Okay, weiter geht's. Ganz ungezwungen geht's weiter. Da kommt. Da kommt. Ahhhh. Ne. Ahhhh. Oh. So. Ich möchte aber mal grad hier noch ne Fackel hinmachen. Das ist mir zu ungemütlich dunkel. Ach, hier bin ich direkt überall bei Redstone. Also, an diesem Mist wird's mir nicht mangeln. Und jetzt hetzen wir hier durch diesen Gang. Das ist doch übersichtlich, oder? So kann man ne Höhlenexpedition machen. Ach, wie schön, dass ich da jetzt sechs Diamanten gefunden hab. Praktisch. Aber ich hätte gern noch mehr. Wie es nun mal in der menschlichen Natur liegt. Ich möchte nämlich auch gerne... Na, ich weiß gar nicht so sehr, ob ich ne Diamantenrüstung haben möchte. Denn so oft wie mir dumme Sachen passieren, würde ich die verlieren. Dann falle ich wieder irgendwo rein oder so. Und dann war's das wieder mit Diamant. Ja, ich bin trotzdem gespannt, wo wir hier demnächst rauskommen. Vielleicht ja schon in einem neuen Biom. Ob ich so weit hier rumlatsche? Das wird sich zeigen. Bisschen Gold. Ja, ich hab schon... Äh. Schade. Obwohl, ich mein... Ich müsste mich auch nach oben graben, ne? Um wieder an die Erdoberfläche zu kommen. Oh. Na, das nehmen wir doch mal direkt mit in Kauf hier. Für...